Komm, den ballern wir jetzt runter, easy. Ich baller den runter. Ach was? Wie? Ach was? Hektar? Hi Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Improve, einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Was ist mein... Ist das der in Ernst? Alles klar, die müssen natürlich wieder Hecke schneiden, wenn ich aufnehmen will. Also was ist Minecraft Improve? Ganz einfach, ich bin schlecht in Minecraft PvP und Improve verbessern. Deshalb werden wir einfach ein bisschen Minecraft PvP spielen und schauen, ob ich gut bin. Und wenn ich nicht gut bin, ja, dann bin ich schlecht. Übrigens, wenn ihr ein Texture Pack oder Resource Pack, wie es jetzt heißt, machen könnt für mich, wäre das richtig nice. Ich bin nämlich zu schlecht und jetzt spiele ich einfach hier im Faithful, glaube ich. Shader, wartet, ist glaube ich der Job... Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Ja, aber das ist alles ein bisschen verpackt, muss ich sagen. Und, äh, wir spielen heute ein bisschen Skywars mit Facecam. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt immer drin haben werde oder nicht. Äh, ich werde mir vielleicht auch bald mal eine neue kaufen, weil die schlecht ist, wie ihr hier sehen könnt. Ich meine, sie ist hier nur in einer Ecke, aber es ist trotzdem irgendwie scheiße und ich bin schlecht. Ich bin wirklich schlecht in PvP. Okay, wir werden es ja sehen. Äh, ich habe jetzt keinen Ton drin und die Kisten sind auch verpackt mit dem Shader. Naja, egal. Hehe. Ein Thema oder so habe ich noch keins für die Folge. Warte mal, da geht es ja da runter irgendwo, oder? Ja, genau. Ui. Oh Gott. Oh, ein Eisenschwert. Nice, nice, nice. So, ich hoffe, ich werde hier nicht runtergeballert von wem. Das wäre nämlich ziemlich scheißer hier. Äh, da oben ballert schon einer mit den Eiern rum. Wo kommt denn? Oh Gott, komm. Oh yes, erster Kill, Leute. Nice. Also so bad bin ich ja gar nicht darin. Tja, egal. Wo steht? Ach, sechs Players left, okay. Ach, da drüben. Da drüben ist einer, da baust sich jemand hoch. Was für ein Spast. Den bauen wir uns aber hier auch hoch. Ach, hoffentlich sieht mich der Typ nicht. Sonst bin ich so gut wie tot. Sonst bin ich tot. Nein. Nein. Oh Gott, komm, Alter. So eine Scheiße. Ja gut, äh, ihr habt schon gesehen, ich bin schlecht in PvP. Oh, es geht gleich weiter. Alles klar, das geht aber schnell. Ach, ich glaube, wenn ich hier irgendwie, äh, rechts klicke oder so drücke, dann geht es gleich weiter. Ich habe keine Ahnung. Äh, dazu habe ich das noch nicht oft genug gespielt. Ich habe zwölf Wins insgesamt. Auf jeden Fall haben wir heute schon einen Kill gemacht. Das ist, was ich eigentlich machen wollte. Also, ich habe mein Ziel schon erreicht. Und, ey, wo ist da jetzt die nächste Kiste, Mann? Das ist ja richtig unfair. Das ist richtig unfair. Hier. Ach, da. Mann. Das ist richtig ungut. So, ich glaube, das ist nämlich besser, ja. Das hat nämlich mehr Angriffsschaden. Und, ach, da sind die ersten schon drüben. Ja gut. Da kann man auch nichts machen. Tja. Vielleicht werde ich ja irgendwann mal PvP-Pro. Glaube ich nicht. Oh, da ballert einer mit Eiern. Wo ist der? Oh, da drüben ist der. Habe ich welche? Ach, verdammt. Ich habe keine. Mann. Aber ich habe eine Angel. Ach, hier. Hi, Bro. Ach, da. Ach, Mann. Da hat sich schon jemand hochgebaut. Komm. Pisch dich, Junge. Ach, was? Wie? Ach, komm. So eine Kacke. Ich bin richtig schlecht im PvP. Äh, ja. Hier. Geht es da irgendwo weiter? Settings. Speed. Nee, das juckt mich nicht hier. Play again. Ah, alles klar. Play again. Da geht es. Okay. Ich habe es verstanden. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das mache. Und wenn ich ein Thema habe, dann werde ich da auch was zu sagen. Ansonsten schneide ich hier wieder ein bisschen mehr. Und der Shader nervt irgendwie echt ein bisschen hier. Äh, weil da sehe ich die Kisten nicht gut. Das ist richtig ungut irgendwie. Oh, XP-Fläschchen für mich. Yay. Also wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr gerne wollt, dass ich anspreche. Oh mein Gott. Wow. Da hatten wir jetzt richtig Glück, dass da was ist. Sonst wäre ich jetzt wohl schon tot, ne? So, da baut sich auch schon jemand hoch. Also wenn wir da rein wollen, ist das jetzt so eine schlechte, äh, ist das nicht... Oh Gott. Ja genau, Alter. Ja genau, Alter. Was ist das denn? Alles klar. Was war das für ein Scheiß gerade hier? Oh, da kann man runterfallen. Alles klar. Dann... Och, komm, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Komm. So, den Ding holen wir uns jetzt. Ach, kacke. Oh, komm. Yay. Oh Gott. Ja, Mann. Komm. Yes. Alter, was? Nein. Aber wir sind auch tot. Und ich habe ihn aber gekriegt. Ach du Scheiße. Kills einer. Oh nice. Ach du Scheiße. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die über die ich reden soll, schreibt sie bitte einfach in die Kommentare. Ansonsten habe ich schon welche, aber die spreche ich noch nicht in dieser Folge hier an. Oh nice. Sondern in den nächsten dann. Und ich denke, ich werde dann auch mal das Ding hier improveen. Ein bisschen. Das Resource Pack. Und auch das... Den Shader. Weil mit dem kann man echt nicht spielen hier. So, das schon nicht so haben. So. Da bauen sich... Ach verdammt. Ich bin schon wieder zu langsam gewesen. Hier drüben kann ich aber jemanden runterballern, glaube ich. Komm. Bitte bau dich rüber. Komm. Ich muss mal schauen, wo der hingeht. Oh ja. Das wird... Das könnte sich ausgehen. Nein. So eine Scheiße. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Ach verdammt. Okay. Okay. Ich werde sie verkacken. Ich werde sie verkacken. Ach, da ist einer. Ja, oh Mann. Komm. Was soll die Scheiße? Steh ab, Digga. Ja, Mann, oder? Yes. Nice. Oh, shit. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Jetzt muss ich aber hier schnell weg. Oh, komm. Ja, genau. Als ob. Ja, was? Alter, was ist das denn? Okay. Da ist sie... Alter, ich hasse diese Kids. Wenn dann irgendjemand so... Ach, dumme Skelette oder irgend sowas hinbaut, platziert, was weiß ich. Richtig ungut. So, letzte Runde würde ich sagen. Für heute. Der Dornowell mit seinem nicen Skin. Hab ich euch am Anfang gezeigt. Richtig cool. Den hab ich selber gemacht. Sieht übel scheiße aus. Übrigens, wenn ihr das auch könnt. So Skin Pixel Nudge. Fände ich schon ganz toll, wenn ihr das mal bei mir machen könntet. Und so... Jo, warum überhaupt jetzt Minecraft? Aus dem einfachen Grund, weil ich einfach wollte, dass wir ein bisschen hier wieder chilliger spielen. Ich weiß nicht, ob jetzt PvP am chilligsten ist. Wohl nicht, aber komm, den ballern wir jetzt runter. Easy. Ich baller den runter. Ach, was? Wie? Ach, was? Hacker? Jetzt mal im Ernst. hackt der. Den haben wir doch beide getroffen. Was ist da los bei dem? Komm, Angel. Alter, was? Wie zur Hölle? Der muss einfach hacken. Ey, was? Habt ihr das grad gesehen? Den hab ich mindestens einmal getroffen. Der muss hacken. Den stauben wir ab. Bam, 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 bam. Yes. Oh, nicer Schüssel. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Äh, haben wir hier noch was, was wir brauchen könnten. Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Deshalb haben wir es, glaube ich, nicht. So, hier. Oh, nice, 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 nice. Jetzt sind wir ja schon richtig geil equipped hier. Das könnte was werden, die Folge. Oder die Runde, die Folge. Oh, geil. Alter, willst du mich verarschen, Digga? Weg mit der. Oh, nice. Oh, what the fuck. Ich hab mich hier noch gerettet, Alter. Ja, genau. Pissdichtiger. Nein. Alter, mit dem guten Stuff, den ich hab. Jetzt mal im Ernst. Nein, verdammt. Ach. Ja, gut. Äh, aber. Ich war gar nicht mal so schlecht jetzt die Runde. Ich meine, ich hab nur einen Kill, aber. Irgendwie war es sich trotzdem ganz gut. Und ich hätt eigentlich was besseres draus machen müssen. Aber ich bin richtig schlecht im PvP. Wie ihr jetzt gesehen habt. Also, wenn es euch gefallen hat, die erste Folge. Lasst doch mal einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Und mein nicer Skin hier mit Tanktop. Richtig dumm. Vor allem die Hose hier. Ich glaub, die muss ich nochmal ändern. Aber da kann man reinschauen. Oh. Ja, gut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Haut rein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ciao.